In die Richtung, wo du die Steps gehört hast. Ja. Also ich hab auch gesehen, er ist dahin gelaufen. Also weit gekommen von der Netzerin. Ja, ich seh ihn. Er geht lieb. Knall ihn ab. Ja, wer läuft hier mitwiesen. Ach, kein Scheiß. Ja, weil wer noch eine Truhe in der Hand hat. Goku, Black Rose, Servus, wie geht's dir? Es sind zwei, es sind zwei. Warte, wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich hab Schuss gehört. Ich bin im Krankenhaus. Ja, von wo sind die Schüsse halt? Krankenhaus. Ja, ich seh's, ich seh's. Ich komm grad. Ich bin tot. Es sind zwei Giedis mit Nightwilden. Macht euch weg. Macht euch weg, ich seh doch nix. Ihr seid sonst auch gleich tot, die sind zu zweit. Der eine war sogar neben Mofi direkt gewesen. Keine zehn Meter. Ja, deshalb hab ich das gehört. Oh, Scheiß. Ich hoffe, die Zombies rennen an mir vorbei. Aka Nightwilden Scope, nice. Ja, sehr nice, sehr nice. Ich kann hier nirgendwo hin, denn. Gut, und hier? Du musst eigentlich nur aufs Krankenhaus gucken. Ja. Die sind beide am Krankenhaus. Ich guck aufs Krankenhaus. Hier ist aber ein Baum im Weg und ich hoffe, die Dreckszombies kommen jetzt nicht zu mir, sondern zu denen. Oh, da rennt jemand, ja. Die rennen weg. Sorry, Goku, ich muss mal eben hier Lage checken. Ich will jetzt nämlich nicht aufstehen, weil wenn ich aufstehe, verrate ich mich. Ich bin jetzt aus der Stadt rausgerannt. Oh, Scheiß, das wird hell. Ja, ich probiere auch mein Glück. Ich renne einfach. Du hast einen gelben Rucksack, ne? Ja. Ja, hat er. Sehr schön, Goku, sehr schön. Freut mich. Ja, nice, ey. Wo bist du hingerannt? Boah, liege ich hier offen? Also, vor allem. Oh, Scheiß! Ich hab gehört, da links war er. Ich muss mal eben eine andere Position suchen. Hinter den Garagen. In welchem Haus? Nein, und ich kann mir gerade nicht sagen, wo. Ich habe tot. Ja, was sind das für welche? Die sind komplett voll equipiert. Die haben den Ghillie, die haben die Gasmaske auf und halt beide Nightwishen. Der eine hat eine M4, der andere eine AKM. Das sind die Waffen von Abtrennt mir. Der 100 Pro, da wo der mich auch letztens mit abgeknallt hat. Ja, genau. Hey, du lebst nicht, okay. Achst du auch. Okay. 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 Das war jetzt halt echt scheiße. Warte auf die Fenster. Wenn keiner von euch mehr helfen konnte. Mhm. Mhm. Die rennen auf jeden Fall irgendwo hier dann herum. Nur dort. Wenn ich jetzt rausrenne. André ist noch da, oder? Nein, André ist noch ein Hund. Aber der hat ja eh keine Waffe zum Schießen. Okay. Aber der hat eine AK, aber kein Magazin. Und was war mit Push auch dort? Nee, Push liegt hier noch. Also. Push liegt da noch. Ach, Mann, 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 Mann. Hier, wo das Militär ist, bin ich. Ist das Novi? Starry Sabor. Starry Sabor. War gerade so nah, ne? Wo rennt der Zombie hin? Das heißt, der muss ja fast neben meinem Haus stehen, der Typ. Wo bist du denn? In einem Haus, wo auch diese, dieses Ding in der ist. Ja, kann ich gerade, ich kann gerade nicht. Sorry. Ich habe auch keinen Bock, hier schon wieder drauf zu reden. Da hat sie mal fest. Ich muss mal eben hören. Links neben mir, zwei Schüsse. Die ballern sich aber gegenseitig ab gerade. Sauber, Goku. Sauber. Die Schüsse ist in dem Haus, wo die Lautsprecheranlage steht. Mehr sehe ich gerade nicht gegenüber vom Double Queen. Die Schüsse sind direkt neben mir. Der ist neben dem, du meinst gerade, wo zwei Rollen sind, ne, mit dem Durchgang. Links direkt bei dir? Ja, meine ich auch, faule Bananen. Ich glaube auch, dass der direkt hier links sitzt. Kevin? Ich weiß nicht, ob das das Haus ist. Die Dinger stehen auch inzwischen woanders. Auf jeden Fall guckt er auf das Double Queen drauf. Hinterm Haus. Hinterm Haus von mir ist Action. Aber lass die sich mal im Gegenseitig abknallen. Da habe ich nichts gegen. Ja, aber welche Partei soll das denn noch sein? Es sei denn, das war nicht die von der Base und die spielen oder kämpfen es gerade gegen die zwei Basebesitzer. Ja, weil da war gerade ein Schallischuss. Wir sind kurz im Luwok, alles klar. Alles gleich. Keine Ahnung, ich weiß nicht, in welchem Haus der Fabriere ist. Das ist mein Problem. Ja, das Haus, was das auch bei Dings gibt. Da, wo mein Celeno hat fast drinstehen. Da, wo links die Treppe hochgeht, denen ins Nichts geht. Ah, das Gelbe. Meine alte Base in Starolien. Ah, da ist ein Ding drin. Ja, der meint das Gelbe. Kann sein, ja. Okay, na, da komme ich nicht hin. Keine Chance. Direkt hinter mir. Ja, hier sind auch... Ich bin nicht Openfield laufen. Das schaffe ich nicht. Ich bin oberhalb der Stadt. Das schaffe ich nicht, Openfield dahin zu laufen. Können die nicht mal einmal eben hier rein stiefeln? Versuch mal langsam, aber... Boah. Ey, Bianca, lass. Ey, lass lieber. Lass lieber. Ja, ich will zumindest so, dass ich das Piano sehen kann. Weil wenn André gleich kommt, dass ich wenigstens gucken kann, ob da jemand ist. Ich hab André schon gesagt, der soll sich nicht einloggen. Aber die müssen ja schon mal hier irgendwo... Ich hab' auch keine Steps mehr und nix. Na, Schuss wieder? Mit Schally? Ja, nicht mit Schally. Aber auf was? Am Krankenhaus. Die sind am Krankenhaus. Krankenhaus kann ich reingucken. Ja, die sind dahinter am Krankenhaus. Das ist so ein Felsen. Scheiße, der steht... Oh mein Gott. Oh mein Gott, der steht 20 Meter neben mir. Der Gilly. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er schießt ihn doch ab. Der kommt auf mich zu. Ich schaff das nicht. Schießen. Bianca, halt. Halt drauf. Ich schaff das nicht. Schieß doch einfach. Wenn er dich... Guck mal, das wird ein Vorteil. Der sieht dich nicht. Kämpft der Gilly gegen die? Wir schießen den nämlich schon wieder rum. Krankenhaus sehe ich. Da ist aber keiner. Ne, der ist hinterm Krankenhaus. Fuck! Tot? Ja, der aber... Der liegt auf jeden Fall. Wenn du von der Straße aus hinterm Krankenhaus guckst, da ist so ein große Tanne. Da liegt der. Da kam der andere. Kein Bock, dass er mich hier gleich durchs Fenster killt. Ja, hat er bei mir gemacht. Ja? Schmies, ey. Hab ich richtig gelitten. Da läuft Zombie. Ich glaube, die holzen ja einfach die Zombies weg, so wie das aussieht. Ja, das hat er gerade auch gemacht. Da hab ich ja auf den geschossen, aber... Dann kam der andere. Jetzt weiß du auch, warum die nur Moni mitnehmen. Ja, wahrscheinlich genug. Oh, ich bin nett, das ist ein Nittany spawn. Ja, bin ich auch. Elektro... Da in dem Haus, äh... Haben die da gebaut, wo ich das Händlerding bei uns am Server hatte? Ne? N-Nah. Ne? Im Piano. Ach. Ja, es stimmt daneben. Das seh ich jetzt gerade nicht, da ist das Grüne. Oh, hier geht Fatih in Elektro. Ja, das ist bei Lothar. Oder da wird auch geschossen bei dir. Aber bei mir sind auf jeden Fall so viele Schüsse bei Lothar. Ja, das hat ja jetzt echt viel Kraft, muss ich sagen. Ja, das Problem ist, wir haben eigentlich voll den Fehler gemacht, dass wir einzeln angegriffen haben. Ja. Einer gegen zwei, das ist immer scheiße. Wir hätten, wenn dann alle auf die drauf müssen. Die Sache ist, die wussten noch nicht mal, wie viel wir sind. Nee, aber der eine, auf den ich geschossen habe, wenn dann einer von hinten kommt, was willst du machen? Ja, klar. Das gleiche bei Kevin auch. Einer gegen zwei. Ja, ich hätte gleich noch irgendwie einen holen können. Ich wollte gerade ins Krankenhaus und die Türen waren halt alle zu, das war mein Problem. Dadurch musste ich immer kurz stehen bleiben. Nächstes Mal müssen wir taktisch davor gehen. Ja, aber was willst du groß machen, weißt du, wenn es dunkel ist und nur einer Night Vision hat, dann kann der... Ja, wir hätten einfach warten müssen. Wir hätten einfach warten müssen. Alter, die Typen, die waren hinter euch. Die hätten euch gesehen, die hatten Night Vision. Hätte ich sie nicht ein bisschen weggelockt quasi dadurch, dann wären die alles wie viel früher wahrscheinlich verreckt. Mann, 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 Mann. Ich meine, ihr habt ja jetzt nicht gerade unauffällig gehockt. Caprice hat sich an einem Baumstamm versteckt. Gut, du hast halb im Gewicht gehockt, das geht noch. Aber ich meine, mit dem Tüchen, da siehst du, das ist halt mega. Aber ich wollte gerade sagen, wir haben die einmal an mir vorbeigelaufen. Ich lag da so offen. Dann, äh, so auf jeden Fall. Ach Mann, jetzt kann ich das zweite Mal schon da hochlaufen, ey. Mhm. Aber gut, André lebt auch noch, ne? Ja, klar. Ja, aber André hat keine Waffe. Also er hat eine Waffe, aber keine Munizion für die Waffe. Ich könnte dem aber... Ich könnte nur eine Waffe nehmen. Irgendwas geben, glaube ich. Die haben meine Waffe mit Sicherheit nicht genommen. André steht so hart offen. Guck mal, der steht einfach hinter den Hallen. Was habe ich denn noch für den... SKS? SKS hat er auch, da brauchen wir eine Munizion, der hat SKS und AKM. Dann krieg ich dem Muni vergeben, du ist das nicht. Die hätte ich am Start. Also wenn ich's schaffe, komme ich über Gorka, ich bin im Berencino. Ich versuche mein Glück. Ja, aber Gorka brauchst du ja auch nur die Straße, dann bist du hier. Nur. Ja, es ist der gleiche Weg eigentlich, ob jetzt von Zollnitschi auskommen. Aber hier liegen schon... Oh, hier ist schon wieder Leichenschmaus. Leichenschmaus. Heißes Pflaster hier oben. Ich könnte ja auch dann in Zollnitschnee warten. Wenn ich... So. Nee, lauf mal ruhig, ich lauf mal Werencino hoch. Okay. Ich glaube, ich war Gorka. Ach, hier sind wir im Falle. Alles klar. Boah, da bin ich auch letztens reingelatscht, weil die einer so dreckig platziert, habe ich mir gedacht, was... Ja, die sind im Shop, bei Wiedeiger. Ich habe auch so eine gehabt und dann habe ich aber... Ich habe nicht gecheckt, was passiert ist, weil die war so in der Tür auf dem Boden gelegen, dass du die kaum sehen konntest, weil der Türrahmen braun war. Oh, lauf. Ich habe hier gar nicht gecheckt, was eigentlich mit mir passiert. Der Schuss, der kam jetzt schon eher von da drüben wieder. Ich glaube, dass das zwei Fraktionen sind. Ja, André hatte vorhin irgendwas gemeint, das war ein Full-Gili, aber der hatte halt keine Gili-Haube auf, sondern irgendwas anderes und das hätte jetzt zu den Typen gepasst. Aber die kamen halt aus Richtung Kami. Also der eine, der eine war direkt hinter Muffy gewesen, der hat an sich Muffy und Dinges Krankenhaus auf mich geämmt, hat mich aber anscheinend nicht gesehen. Und der andere hat da gestanden, wo Fabrice vorhin gestanden hat, wo er mich gefragt hat, wo die Base ist, also hinter dem Zaun vom Krankenhaus. Aber beide sahen exakt gleich aus. Die spazieren hier die ganzen Tag durch Starry. Wie ich noch nicht gehört habe, wie du da rumläufst. Ich hasse Gili's, ey. Ja. Da habe ich keine große Batterie mit. Dann wissen die, wo ich bin. Was ist der da oben? Jo, ich werde nicht ankommen, ich werde verrecken. Warum? Seid mal ruhig, seid mal ruhig, bitte. Ich kann kein bisschen. Da läuft er. Links Steps. Ja, ist wieder Steps am Krankenhaus. Ich weiß nicht, ob der Typ noch lebt oder ob der Tod ist. Wie gut hast du den getroffen? Ich habe also mehr mal als auf jeden Fall. Wenn er keine Plattenwestern hat, ist er bestimmt tot. Du sagst ja, er ist ja auch umgefallen. Oder lag. Ja, ja, wir sind gleichzeitig umgefallen, aber... Wenigst neun mitgegeben. Ich hätte ihn aber gerne getötet, bevor ich gestorben wäre. Ich habe gleich andere Probleme. Ich muss mich versorgen. Und dann ist alles wieder laut. Ah. Oh, ich habe eine Base gefunden. Boah, schon wieder. Ich weiß nicht, ob er komplett querfett ein... Warum kann er sich nicht hinlegen? Ich gehe jetzt erst mal auf Adrenalinsuche. Damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Ich habe echt keinen Plan. Hier ist irgendwo einfach ein Hütchen. Ach krass, aber die wurden schon gerailet. Nichts gefunden, keine Brechstange, gar nichts. Schade. Und jetzt ist es wieder ruhig hier. Soll ich mal Positionswechsel machen? Weil eigentlich... Kann ich mit dem Schwert Dosen öffnen? Ja. Das geht, oh mein Gott. Nice. Dann kann ich die Türen mehr öffnen. Dann re-lock dich, Beste. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist gerade ein schlechter Zeitpunkt, sich zu re-locken. Ah, jetzt geht's wieder. Fuck ey, nirgends vor Adrenalin, das gibt's doch nicht. Egal, Verband nehme ich auch. Aber Adrenalin wäre schön, dann wird's schneller gehen. Ja, kannst du mir ruhig schicken. Ich glaube, ich glaube, ich laufe voll falsch. Oh, brennt der Helm bei dir, oder? Abfahrt. Ach, nee, 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 nee. Weißt du, was mir mal voll aufgefallen ist? In den neuen Gebäuden spawnt irgendwie so gut wie kein Lot, die neu designt wurden. Ja, ja, richtig. Besonders da, in dem einen Raum, da wo jetzt die Leiter steht, und da wurde aussieht, als wenn gerade renoviert werden sollte vor der Apokalypse. Ja, das halt nicht. Jetzt gar nichts mehr. Gar nichts. Aber, was ist denn mit den Leuten, die in den Häusern gebaut haben, vorm Update, und sich im Backup gezogen haben, und dann auf einmal diesen Mister im Weg haben, falls die da eine Base haben, Kisten, oder whatever? Was ist daran gelitten? Die haben gelitten. So war wohl was passiert? Ja. Ja. Ihr seid alle wieder tot. Nein, nein, ich nicht, Kevin. Nur noch Fabrice lebt noch. Ich bin auch da. Ach, krass. Ja, war nicht von uns. Es war voll geliebt. Ach, krass, okay. Die waren aber cool, war unaufmerksam. Die haben mich im Dunklen geklatscht. Ja. Das ist gut. Und zu zweit halt, mir konnte keiner helfen, weil keiner ein Nightwischen hatte. Ja. Und ich liege im Krankenhaus. Ja. Und, ähm, die Anker ist beim Wegrennen, ähm, beziehungsweise sie hat auf einen geschossen. Ja. Und der andere hat sie geholt. Ja. Ja, Fabrice lebt noch. Okay. Na, ich hocke hier die ganze Zeit in dem Haus. Mit der Radiostation drinne. Mit der Muni noch geschossen. Mach einfach Wolf wegen, oder Wolf wegen, schnell, ne. Komm mal, André. Schon gut. Ja, aber ist doch so. Ist grad hier in der Party und da, also. Ja, oder er sagt den richtigen Namen von sich selbst. Keine Ahnung. Boah. Klar. Warum nett. Ach, alle meine Stimme, Stimme. Ja, dann, äh, Nils. Einfach. Gut. Sehr schön. Haben wir dann auch geklärt. Du hast genau. André, du kannst versuchen, vielleicht zu Fabrice zu kommen, wenn du dich einloggen sollen wollen würdest. Oh, das ist risk, genau, weil die sind am Krankenhaus. André muss echt aufpassen, wo der ist. Ich bin halt hinterm... Aber André, hinter den Garagen, ne? Ja, da bin ich. Wenn du dich rumdrehst und auf das Feld guckst, Ja. Dann ist da so ein kleiner Minibald. Da stehen so ein paar Bäume und Büsche. Da liege ich. Ich hab noch Waffen. Okay. Ja, aber er kann doch auch gucken, wenn da der Gili liegt, der kann sich ja auch dem seinen Acker oder M4 holen, die da liegt. Ja, die liegen ein Stück weiter oben. Ich hab das Spiel eh komplett aus und wieder angemacht. Also wenn, dann weiß ich eh wo. Andere fragt, ist es Tag oder ist es Nacht? Tag. Tag. War Nacht. War Nacht, wo... Jetzt grad losgehen. Wo ich verreckt bin. Ja. Aber das ist eine andere Partei. Das sind nicht die von der Base. Achso. Die kamen irgendwie aus Richtung Novi. Die haben mich halt richtig heftig in die Mangel genommen, ne? Mhm. Ich bin ins Krankenhaus reingerannt, natürlich. Wegen Service, da war alles zu, ne? Und die kamen halt von zwei Seiten. Oh! What? Fabrice ist auch tot. Nein. Achso. Boah, der hat ja, stand direkt neben mir, glaube ich. Alter. Hast du ihn? Nee, ich hab nur einen Schuss gehört. Aber, ähm... Achso. Der verkraftet der alte Mann nicht mehr. Der verkraftet der alte. Nein, 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 nein! Ich hab auch vor den Geschoss, nicht Idiot. Nein! Ich bin hier. Binde mich. Oh, so ein Ort. Oh, André. Ich muss hier weg. Was denn? Ich muss hier weg. Fabrice, brauchst du deine Hilfe? Nein, nein, noch gut. Ich bin noch beim Einloggen. Mach doch die Tür auf, Junge. Mal gucken. Oh, die sind in der Base. Zwei Stücke sind in der Base. Sind das Gileys? Einer ist Gile, einer ist ohne Gile. Ähm, ja. Ich bin im Double Red. Mal weiter. Irgendwo muss ein Gile liegen. Ihr seht ja, war keiner mit einem Gile. Dann ist der nicht tot gewesen. Huch, das war das Auto. Die werden jetzt... Das Gile... Also der Gile müsste direkt so 20 Meter circa über mir liegen. Aber die werden jetzt erstmal rauskommen und gucken. Weil ich gerade geschossen habe. Hier liegen jetzt... Hier sind auch... Ne, die sind noch... Die sind vorsichtig. Hier liegen auch oberhalb zwei Fässer. Ja, aber wie gesagt, pass auf. Da waren zwei Gileys mit Kampfmaske, Night Vision und... Ja, wenn ich tot bin, nicht tot. Ne, ich meine, das waren die von der Base. Die sind auf jeden Fall in der Base, sagst du? Das hast du gut erkannt, André. Die sind an der Base. Am rum... 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 Rumtorn. Aber der Gileys, der ohne Gileys waren nie, die zur Base gehören. Vielleicht gehören die auch einfach alle vier zusammen. Das komische Sache ist, aber hier liegen über jetzt schon drei Fässer rumverteilt. Oder die Waden, die ganz normal... Oder nee, zwei... André, da liegen zwei Leichen mitten auf der Wiese. Die sehe ich von hier. Drei. Drei Leichen. Ja, Bianca und der Gileys. Drei. Oder sind das alles Zombies? Da oben ist ein Zombie. Die Zombies müssten um uns herum liegen. Die Zombies können auch Biskus vor uns sein. Also der eine war mit Gileys, der andere war mit einem schwarzen Wasserrucksack unterwegs. Ja, meiner. Okay. Also Drei-Bag und Gileys läuft hier rum. Mhm. Ich habe hier im Moment auch... Obwohl die Pose ist schon besser. Hier kann ich viel besser aufs Krankenhaus. Also ich bin fast wieder... Also ich bin jetzt gleich Green Mountain. Oh, nice. Ja, ich habe mich hart verlaufen. Ich bin zu weit links gelaufen. Eigentlich wäre ich links bei euch. Na, lacht da. Ja. Da lacht da nur noch. Kaum essen. Ja, ich bin über Gorka. Kennst du halt, wenn du so um den Fernseher rumgucken willst, Kappa? Scheiße. Ich hätte jetzt gerne ein Auto. Hier ist ein Auto, aber da kommst du nicht rein. Ich brauche aber hier ein Auto, wo ich gerade bin. Geht schlecht. Dann könnte ich mal eben hochfahren nach Gorka. Ich habe jetzt wenigstens eine Waffe. Ich habe nicht schon eine Pläne. Ich kriege ich auch, ich habe einen Spahn. Spahn behalten ist aber auch gut. Ja. Haben wir gestern festgestellt. Den schüppst du einfach mal um. Den schüppst du dann so richtig um. Ja, hat der mit uns auch gemacht. Das ist krass. Ja, aber ein bisschen Trübe ist auch gut. Ja. Und eine leere Pumka. Was er gestert hat? Arm weg. Ja, nimm die Pumka. Bestens Koko. Unter der Garage liegt Pump-Munition auf jeden Fall. Aber du hast gemacht was. Ja, meine Leiche hat auch noch voll viel Munition. Also Pump-Pum. Ist überbautet. Aber vielleicht ist meine Leiche auch weg. Kannst du dir nicht sagen. Dann kein Server restart ist es nicht. Ich glaube, die braucht 30, 40 Minuten zum Spahn. Stunde seit dem Update. Ihr habt dann auch eine Stunde hochgesetzt. Naja, musst du was machen. Okay. Fabrice, wo genau liegst du denn oder bist du jetzt genau im Krankenhaus außerhalb vom Krankenhaus? Äh, Double Red. Ich liege im Krankenhaus. Okay, okay. Ich bin am Double Red. Ich kann nur aufs Krankenhaus gucken. Okay. Ich liege tot im Krankenhaus. Tot im Krankenhaus. Gestorben. Gestorben, inner. Ich liege jetzt im Prinzip hinter dem, hinter der Garage liegt es hinten so ein bisschen Wald. Ja. Da bin ich gerade. Da haben die Ärzte aber klar. Machst du wieder Clips vom Feinsten? Oh man, Jonas, Alter. Jo, 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 Jo. Ich... Ich... Brauche ich mal eine Waschmaschine. Nein. Ja, gleich bring mit. Ich laufe jetzt einfach der Stromleitung hinterher. Dann bin ich da. Dann bist du schon an die Waschmaschine hinter dem, oder? Ist da gerade einer gelaufen. Der Scheiß. Hey. Thermometer. Mich interessiert, warum da auf dem Hügel irgendwie zwei rote Fässer auf einmal sind. Weil die da stehen gelassen haben und dann haben die uns gesehen. Ach so. Wahrscheinlich. Ja, dann gehören die safe zur Base, dann sind die zufried. Ja. Dann haben die mich da rumwatscheln gesehen. Hä, aber warum kam der eine dann von Richtung vom Krankenhaus da, von der anderen Ecke? Das ist eine gute Frage. Wovon die kommen. Aber ich denke mal, die anderen zwei haben die Fässer und dann... Wir laufen ja auch immer so, ne? Nicht alle beieinander rum. Und dann sind die natürlich alarmiert, wenn die hier wirklich zu viert rumballern. Aber ich sehe nichts mehr von denen. Das ist das Blöde. Kommt mal raus aus eurem Schuppen da. Kommt mal, da gibt's ja auch viel Gelegenheit zu. Und dann startst du das Spiel noch und dann loggst du dich hier in dem Server hier ein, dann siehst du, wo die sind. Wenn du das öfter machst, wirst du gebannt. Ja. Das ist... Steht in den Serverregeln. Ja, aber wie willst du das sagen? Es gibt auch oft genug, dass du nicht auf dein Inventar zugreifen kannst und das dann machen musst. Ja, das ist dann aber Pech. Das ist dann aber Pech, wenn du dich dann 20 Mal auslogst und er sieht das, dann schmeißt er dich einfach runter. Ja, da brauchst du dich dann... Ja, wo 20 Mal?